Hi Leute, wir sind die von der Knatterkiste. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was zwei Mädels auf einer roten Couch von euch jetzt gerade wollen, dann bleibt dran. Auch wenn es jetzt vielleicht erstmal nicht danach aussieht, wir versuchen uns ein neues Mal auf YouTube als Let's Player. Unsere laufenden Projekte sind momentan Kingdom Hearts. Und Call of Duty. Bei der Telly sind das nicht um einzigen Spiele, wir wollen uns in naher Zukunft auch noch mit anderen Projekten beschäftigen. Ja, aber jetzt nicht, dass ihr denkt, nur weil wir Mädchen sind, spielen wir dann mit euch Hello Kitty Island oder My Little Pony. Also wir bleiben da schon unseren Genres recht treu. Im Moment findet ihr auf unserem Kanal nur Let's Plays, die wir zusammen aufgenommen haben. Das wird sich aber voraussichtlich in naher Zukunft ändern, weil wir auch unter anderem Projekte alleine machen wollen. Also das teilen wir dann so ein bisschen auf, ihr werdet das schon sehen. Ja, das heißt es kommt noch eine ganze Menge auf euch zu. Genau. Wir nehmen keine Videos auf, um euch zu zeigen, dass wir irgendwie krasse Pro-Gamer oder so sind. Ja, erwartet euch da wirklich nicht zu viel. So gut sind wir nicht. Es gibt bei Call of Duty zum Beispiel bestimmt auch Runden, in denen wir mal richtig abfällen. Jetzt vergessen wir ja, das war so. Jetzt vergessen wir ja, das war so. Ja, okay, dann hat die Presse. So wie jetzt gerade auf unserem Kanal hochgeladen wurde. Genau, das könnt ihr euch schon angucken. Aber wenn wir finden, dass an sich alles ganz gut gelaufen ist. Wir wollen euch jetzt gar nicht irgendwie vorspielen, dass wir wer sind, der wir nicht sind. Genau. Also. Ja. Es wird uns auf jeden Fall tierisch freuen, wenn ihr mal auf unserem Kanal vorbeischaut. Und vielleicht gefallen euch ja sogar unsere Videos. Man weiß das ja nicht. Ohhhh! Ohhhh! Das war so wert! Das war so wert! Und wenn man dran denkt Leute, lasst knattern.